Was geht Leute, hier ist jetzt AssiTV, der Präsident der Assi-Army und ich präsentiere euch heute das Ziel meiner Soldaten und wie man wirklich ein richtiger Assi-Soldat wird und dieses Video soll eine Warnung sein an alle anderen YouTuber Wartet ab, wir kommen Wir werden euch alle einnehmen, jeden einzelnen Kanal Bevor es losgeht, gibt es erstmal einen Fakt, der so stimmt Die Assi-Army ist überall Amunarum, selbst große YouTuber posten uns Guck mal, der ist auch von der Assi-Army Oder bei Merz seinem Video Assi-Army, Digga, überall Wallah, sogar wenn Symex bei Capital Bra lutscht Guck mal diesen Kommentar direkt Assi Das Ganze sieht so aus Die Soldaten der Assi-Army haben einen Präsidenten namens It's Assi-TV Und It's Assi-TV hat einen Kanal namens It's Assi-TV Das Ding ist, wir sind nicht wie diese ganzen anderen YouTuber Bei uns läuft es anders Bei uns, wir sehen das so It's Assi-TV ist unser Kanal Also quasi unser Land Ich bin der Präsident von diesem Land Und ihr seid die Soldaten von diesem Land Bruder, ich bin Albaner, darf ich trotzdem beitreten in der Assi-Army Bruder, ich bin Länder, darf ich auch weiter retten? Assi-TV ist Türke, wir dürfen beide nicht rein Wir dürfen alle nicht rein Nur Türken dürfen Ah, was laberst du? Es ist egal, ob du Deutscher, Pole, Marokkaner, Kurde, Italiener, Albaner, Russe oder Türke bist In der Assi-Army sind wir alle gleich Und haben auch die gleichen Ziele Unser Ziel ist es, so viel Geld rauszuholen durch YouTube Um damit ein Mercedes-AMG zu holen Oder vielleicht ein normaler Mercedes Ich muss gucken Das Ziel erreichen wir durch Product Placement Wir müssen einfach für jeden und alles Werbung Ah, Bruder, selbst wenn uns Casino anschreibt Egal, lass Werbung machen, Bruder Hauptsache, dass Geld fließt Ich meine, ihr kauft sowieso nichts Wir sind alle Kanacken, wir kaufen da eh nichts Als zweites Videos zu Ende schauen Weil dadurch kriege ich so eine Zuschauerbindung Und dann kriege ich auch mehr Geld dadurch Drittens, die Videos müssen mindestens 10 Minuten sein Weil ab 10 Minuten kann ich 10 Mal Werbung schalten Und deswegen machen wir das Ey, aber Spaß beiseite, gell Andere YouTuber, die machen so 3-4 Mal Werbung, gell Ich guck so seine Community Waller, die gönnen denen gar nicht Einer schreibt sogar so Ja, wenn du höher als 4 machst, ich guck dich nicht mehr und so Die müssen so richtig erklären Die machen so mathematische Sachen und so Weil denen keiner gegönnt hat, Digga Warte, warte, jetzt kommt das Beste Der macht extra ein Video dazu Waller, es gibt manche Gäurs, die gönnen gar nicht Aber mein Kanal läuft nach dem türkischen Prinzip Bei uns Türken ist so Wir machen so viel Werbung, wie es geht Und guck mal, niemanden juckt das Jeder ist dankbar Ich bring euch jedes Mal zum Lachen, alle Ich geb mir so viel Mühe bei Schneiden, alle Gebt doch ein bisschen Parama, ein bisschen Werbung Von 10 Mal Werbung seht ihr eh vielleicht nur 2 Mal oder 3 Mal davon Wir zusammen, die Asi-Army, wird irgendwann YouTube einnehmen Wir werden alle einnehmen, jeden einzelnen Kanal Aber ihr müsst zeigen, dass ihr von Anfang an dabei seid Dass ihr von Anfang an Asi-Army seid Ändert einfach euer Profilbild Zeigt jedem, dass ihr zu uns gehört Dass du ein Soldat bist von diesem Kanal Und dass wir alle zusammen irgendwann dieses ganze YouTube einnehmen werden Waller, ich bin grad mies in meinem Film Egal, Bruder, mach weiter Dann ladet ihr das runter und macht es überall als Profilbild Und wenn ein kleiner Peach meint, der muss ein Video gegen mich machen Egal jetzt wer Leute, einfach, ihr wisst, was die Asi-Army tut Bam Und dann bam Und dann einfach hier leer Versteht ihr? Wir lassen uns nicht von irgendwelchen anderen kleinen Piss-Youtubern fertig machen Wir machen unser eigenes Ding Wer will, kann sich mit uns anlegen Denn wer einmal in der Asi-Army ist, bleibt in der Asi-Army Ich heib die Flagge für die Asi-Army Hunderttausend Apos, alles Gute Asi-Jane Wald, Ferrari, Maserati oder Range Rover YouTube Takeover Für die Shuki Game Over So Untertitelung des ZDF, 2020